Zora, der General der Kayo. Rakami, dort! Das muss der General sein! Kapitel 12. Dein Text. Aufstieg. Sie, aber in den Traumbild. Du musst dich konzentrieren und dein Text lesen. Sie kann deine Gegenwart spüren, wenn sie sich auf dich konzentriert. Helfen dir die Scha-ten. Ja, die Scha-ten. Bleiben wir einfach in Deckung. Von Deckung zu Deckung hopsen. Alles klar. Dann erwischt sie uns auch nicht. Alter, der Blitz zieht uns was ab. Was? War man auf den Mandel? Ja, ich hab's grad eben gesehen, aber wenn wir immer schön in den Schatten bleiben, passiert uns nichts. Das Problem ist der Schaden. Der ist weg, wenn der Blitz kommt. Ich weiß. Krass. Alter. Okay, jetzt ist es ein bisschen hell. Du kannst keinen Kunai auf die werfen, gell? Nicht? Ja, das ist ein Boss wahrscheinlich. So, jetzt quasi... Müssen wir irgendwie an die rankommen. Uh, pass auf! Wow! Die schießt aber scharf. Kunai werfen. Krass. Die schießt richtig scharf. Ich kann nirgends... Wieso kann ich mich nicht... Oh! Hü! Okay. Was? Die kann sich wegbeamen! Oh nein, jetzt war ich fast bei ihr. Die ist auf den anderen Turm rüber gewarbt. Fuck! Schießt auf dich. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Jetzt nicht zu uns. Von Deckung zu Deckung. Huah! Woo! Ja! Okay. Safe? Ich bin safe, ja. Du? Du? Sie zielt auf mich. Ja, ich komm nicht mehr raus. Nein! Pass auf! Nein, Masti! Wieso? Wieso hab ich das... Uh, jetzt ist's auf dein anderen Turm. Fuck! Alter, die blöde Schlampe! Wie soll ich denn da durchkommen jetzt? Wie macht die? Hä, was? Ne, das war ich. Weil du fast auf mich geschossen hast. Links, links, links kommst du ran. Links kommst du. Digga? Ja! Ich konzentriere mich. Sorry. Ja, konzentriere mich. Ich konzentriere mich. Ich wusste nur nicht, dass du da konzentriere. Oh! Fuck! Ich seh aber nix davon, dass du dich konzentrierst. Alter! Ich bin hinter den Paketen hier. Bitte tu mir nichts. Ich bin schwach. Ich, ich tu dir nix. Ich rede mit der. Also. Ich schleich mich jetzt an sie an und versuch sie zu erledigen. Hau ihr das Messer in den Rücken. Ich weiß nicht wo ich bin- Ahh! Fuck! Okay. Sie hat dich verarscht. Jetzt ist sie noch weiter oben. Die können mich sehen! Ja! Boah! Ja! Hallo! Ja! Bleib am Leben! Oh Gott! Das sind Taschenlampen, Freide. Nein! 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 Alter! Unnormal! Ja! Okay, nochmal. Weil's so schön war? Schnell! Wenn wir uns schnell bewegen, muss sie sich warben. Und wenn sie sich warbt... Nein! Ich bin tot! Alter! Die ist echt übel! Du meinst so schnell? Schnell, behalte dich! Okay. Ja, ja, alles okay, alles okay. Du schaffst das! Ja, ja, ich bin ja auch... Profi! Wenn du schnell in Bewegung bist, kann sie dich nicht anvisieren. Vorsicht! Nein! Boah! Du klingst Pilz, alter! Boah! Schon wieder! Na... Los... Nimm den Weg, den ich da hinten genommen hab! Oder nimm... Nimm einen anderen Weg! Mir egal! Ich nimm... Ich nimm den selben! Warum nicht einen anderen Weg? Nachher erwischt sie dich auch! Ne, nee! Ein Profi! schon knackig mit dem blitz und im general der weiß wo überall du bist jetzt da kannst du hochlaufen doch vor Ort ne bleib lieber in bleibt in den Schatten weg ist jetzt wird's schwierig jetzt musste ich richtig schnell war schneller wapp dich weg wapp dich weg da hat sie mich erwischt Alter wie gut gut wo halt erst so hohohohoho ab lauf über die Brücke schnell sie ist weg ich habe meine hohe Stimme wieder sie schimmert immer weiter was sie schimmert immer weiter weg die ist vorsichtig bitte bitte vorsichtig als Haku Und sie scheint dich besser im Blick behalten zu können als er. Und die einfach meiner, früher oder später, wo sie sie es stellen. Mhm, mhm. Alles gut. Wir sind nur hingelaufen. Ich bin hier durchs Tor. Ich habe nach Schatten gegangen. Ich töte hier einen. Ciao. Aber ich sehe sie schon wieder. Sie ist da gegenüber auf dem Turm. Warte, warte. Und das sind auch noch Bogenschützen. Jetzt hat es auch noch Verstärkung. Alter. Ist okay? Ja? Ich gehe schon mal vor. Ich bleibe ein bisschen hier und mache Urlaub. Wie gut die dich gleich wieder sieht. Pass auf. Ja, ja, ja. Das war ein Dreckstück. Wie sollen wir die denn töten? Außerdem, wie sollen wir den Bogenschützen da oben töten? Warte mal, kann ich den herholen? Ich läute mal? Ne, das hört er nicht. Ja, na klar. Warte mal. Ich schalt mal um auf Falle. Okay. Das hat er gehört. Aus dem Weg. Läuft da denn hin? Ja, der läuft dorthin, wo das Klingeln gehört hat. War da irgendwas? Ja. Das schwarze Loch. Ups. Flupp. Weg? Ja. Fluppdiwupp. Äh, ich nehme ein Messer. Ja. Für den Bogenschützen. Gute Idee. Okay. Ich werfe. Ja. Treffer. Okay. Geh wieder auf Blenden. Oh, Alter, hier gibt's kaum Deckung. Und der Blitz, der ist auch nicht gerade. Gut. Hüah. Da ist noch einer. Uah. Alter. Boah. Der Pfeil voll an mir vorbeigesaust. Ja. Jetzt hast du sie wieder auf mich fixiert. Ja. Ich versuche näher zu kommen, dann warbt sie sich auf den nächsten Turm wahrscheinlich. Ja. Das hat sie, glaube ich, jetzt die ganze Zeit so gemacht, gell? Ja, ja. Warte mal, ich könnte den jetzt herholen. Ja, dann mach. Okay, ich kann ihn nicht ja auch. Ja, ja. Das hat er nicht gehört. Egal, egal, ich erledige den. Okay. Sie sucht mich. Ja. Ich bin in Deckung. Ich bin in Deckung. Alter, den Pfeil hab ich gehört. Jo. Die ist echt mügel. Sie ist weg. Alles klar. Jetzt können wir den hier erledigen. Bin hinten oben rum. Ich lass ihn verschwinden. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Der kommt. Und ist tot. Der ist Opfer des Drachen geworden. Was machst du? Was machst du denn? Ja, ich muss die richtige. Ich muss ein bisschen näher. Ja, genau. Sehr gut. Okay, da drüben ist auch einer. Ja. Und ein Bogenschütze oder das ist der General, ich hab keine Ahnung. Ne, es sind zwei, es sind zwei. Einer geht nach rechts weg. Ich seh den sogar, also den Kopf. Kann ihn nur nicht markieren. Geh mal hier hinten entlang. Jetzt, da oben. Siehst du ihn? Ich geh mal hier entlang. Ja. Der Typ kommt. Warte. Hat das jemand gehört? Ne. Was war das? Ich hab ne Falle gelegt. Okay. Der dreht sich um. Uh, da sind auch welche. Ich hol den, ich hol den. Warte. Nein, ich hol den. Ich hab doch extra ne Falle gelegt. Jetzt kommt er zu dir. Jetzt kannst du ihn töten. Alles klar. Jetzt kannst du welche holen. Bei dir sind ja auch noch welche. Nee, der ist zu weit weg. Die Falle hab ich umsonst gelegt. Egal. Okay. Okay. Ich seh den General. Er ist auf diesem Turm da drüben. Nein! Was? Nein! Geh doch weg! Geh weg. Boah! 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 Alter! War das knapp! Juuuge! Alter! Hast du das gemacht? Du bist vor dem Pfeil abgehauen. Ne. Ich hab mich weggewarb wie ein Wahnsinniger. Boah, dieser Blitz! Na, der ist ganz übel. Meinst du, wir können die zwei nicht hierher holen? Ich bin im Gebüsch. Was? Ja, das war ich. Alter, erschreck mich doch. Doch nur diese dumme Falle. Ja, trotzdem. Ich bin direkt an der Falle gestanden. Sehr gut. Ich bin ein bisschen weggezogen. Huah! Äh. Oh, oh. Gib Alarm. Ja. Trinkst du den anderen? Scheiße. Nein! Den, den Sniper, der ist weg. Okay. Danke. Ich hab hier einen erledigt. Einer läuft noch hier rum, ne? Ja. Ich hab keine Falle mehr. Uuh! Uuh! Da ist auch einer. Ich hab ihn. Boah! Pass auf, da ist auch einer. Wo? Markieren, bitte. Ich hab ihn schon markiert. Der General schießt durchs Fenster. Okay. Aufpassen. Der kann uns durchs Fenster... Wie viel haben wir denn jetzt noch? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nur einen markiert. Einen hab ich markiert. Ja, der ist weg, oder? Ja, den hab ich doch grad erledigt. Nein, nein. Der ist da drüben. Achso, den seh ich nicht. Den seh ich nicht. Zu weit weg. Achso. Ich muss irgendwie schauen, dass ich jetzt zu dir rüberkomme. Wir müssen ja irgendwie gucken, dass der General wieder weg ist. Äh, was ist denn das? Der sieht mich die ganze Zeit. Boah! Ich bin bei dir. Warte mal. Den können wir auch mit dem Kunai töten. Zack. Okay. Sache erledigt. Buhuah! Ähm, ja, wieso kann ich den nicht verschwinden lassen? Also weiter. Hey, hier ist eine Schriftrolle! Ach, fuck, die habe ich vergessen. Kurz tanken. Krass. Okay. Okay, füllen wir uns weiter. Sehr gut. Schau wieder auf mich gezielt. Dumme Kuh. Hä? Mist. Ich bin leer. Ich muss mich erst mal auftanken. Dieses dumme Gewitter. Boah. Zielt auf unten. Ich bin ziemlich nah. Ich weiß aber nicht, ob hier irgendwo Gegner sind. Ich sehe keine, du. Ja, ich auch nicht. Aber darauf vertrauen würde ich auch nicht, wa? Da ist ein Gegner. Ja, oben ist noch ein... Auf den... Nein, sie hat sich da hochgeworbt. Sie hat sich geworbt. Scheiße. Wir müssen da jetzt irgendwie die Treppen hoch. Wie denn das bitte? Da ist ein Stein. Mhm. Bei dir links, äh, rechts geht nichts, gell? Bei mir auch nicht. Ach du Scheiße. Schnell sein. Ja, sie ist weg. Gott sei Dank. Haben wir denn alles? Ja. Was, sie ist weg? Ja, sie ist weg. Sie ist jetzt zum Tempel. Wir müssen jetzt zum Tempel. Hier gibt es ein Ding. Ein Schrein. Ähm, ja. Wie gut, dass ich ihn öffnen kann. Ach du Scheiße. Und sonst noch mehr Gegner? Ja. Ziemlich viele Sniper. Äh, Entschuldigung. Bogenschützen. Jetzt sag aber nicht, da ist so ein Ding zum Ausmachen. Lichtbarrieren. Zwei Stück. Sollen wir uns trennen? Ja. Okay, aber sie ist noch da. Ja, ja. Sie ist oben auf den Treppen. Und einige andere Sniper. Ach du Scheiße, da sind ja noch Soldaten. Fuck. Äh. Boah, alter. Ich komm gar nicht da hin, wo ich hin will. Da hinten ist auch einer. Der hat mich voll unter Beschuss. Sind das Wassergräben hier? Da kann man da rein. Boah. Boah, da ist ja... Oh. Shit. Lass dich nicht erwischen. Ich hab ein Problem. Was für eins. Okay, alles okay. Alles okay. Alles okay. Ja? Boah, weißt du wie viele bei mir sind? Ja, frag mich mal. Habe ich noch fallen? Ja, hab ich. Okay, ich könnte zwei Stück hierher locken. Nein, nicht zwei! Jawohl, sehr gut gemacht. Bei mir passiert's jetzt auch gleich. Knapp. Bei mir sind auch zwei Stücke die Falle. Aber sie zielt auf mich. Oder ist das jemand anders? Boah. Ich weiß nicht, ist sie das? Das sind mehrere Sniper. Boah, ich... Ich... Ich hab echt ein Problem. Ja, frag mich mal, du. Der schießt... Der schießt richtig auf mich hier. Oder zielt. Uah. Fuck. Wenn ich den da oben töte, dann wird er gesehen. Das ist Alarm. 100 pro. Die Lichtbarriere ist von mir noch 41 Meter entfernt. Wie sieht's bei dir aus? 46 Meter. Boah, die hat eine riesige Lichtbarriere. Wir müssen die auf jeden Fall beide kaputt machen. Sonst kommen wir nicht zum General. Ach, du Scheiße. Zielt jetzt die ganze Zeit zu mir rüber. Shit, ich komm auch nicht weg. Da ist noch einer. Mist, wie mach ich das bloß? Ich muss warten. Okay, ich hab nur einen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab auch nur ein kleines Zeitfenster. Komm, 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 komm. Nein! Nein! Ich... Ich hab ihn. Boah, war das knapp. Okay. Gute Arbeit, gute Arbeit. Und... Komm. Ach, der hört mich nicht so n'n Scheiß. Die kommen beide, jawohl. Jawohl, die kommen beide. Fahr zur Hölle! Tschüss! Und wechselt sie. Okay, jetzt muss ich aber echt von Schatten zu Schatten. Damit mich der Bogenschütze nicht sieht. Den hab ich. Den bin ich jetzt auch. Okay, da sind zwei. Scheiße. Der General zieht zu mir. Nein! Nein! Okay. Ich könnte mich... Warte mal. Nötig. Weiß ich, wie ich denn da oben wegrunen soll. Da oben sind nur zwei Stück, aber der General schießt auf mich. Der zielt auf mich. Ich weiß nicht, wie ich über die Brücke kommen soll. Ja, frag mich mal. Yeah. Dieses verdammte Gewitter. Okay, er ist weg. Nein! Nein! Alter, 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 nimm ihn nicht sterben. Nein, aber boah! Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Fuck! Ich muss beide mit dem Kunai töten. Ich hab noch zwei Kunais. Das würde gehen. Und ich hab beide getötet. So, jetzt muss ich aber schnell machen. Zack. 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 Ich bin drin. Ich hab... Ich auch. ... die Lichtbarriere erreicht. Ja, geiler Shit, alter. Meine ist tot. Also meine... Meine ist auch kaputt. Tja. Und jetzt? Hab ich gehackt? Schnecke. Was? Ja, ist doch klar, dass sie abhaut. Okay. Und jetzt? Äh. Das ist die Frage. Ja, jetzt müssen wir in die Mitte. Lass den noch verschwinden. Meine sind schon verschwunden. Ja, ich hab noch doch den einen Bogenschützen getötet. Ach so. Hier gibt's nix mehr, ne? Ne. Wir sind auch, glaub ich, fertig. Jetzt geht's rein. Äh, aber weißt du, was das Problem ist? Mir fehlt ein Punkt. Es gibt vielleicht noch drinnen einen. Los. Ja, natürlich. Und mir fehlt auch ein Punkt. Weißt du welchen? Welchen? Den, wo wir nicht gefunden haben. Aber ich geh jetzt rein. Ah ja. Der, wo hinter dieser Tür war. Los, wir gehen rein. General! Stirb! Nicer Shit, wir haben mal wieder alle gekillt. Schade. Wurden einmal entdeckt. Und einer hat uns nur erspäht. Ah boi, Rang B. Wenigstens mal besser als C. Ja, besser als S. Ach nee, S war ja besser. Es gibt's nicht bei dem Spiel. Alles klar. Dann, denk ich mal, geht's jetzt ins letzte Level. Bähääh. Ja, auf jeden Fall.